Stylische Hallux-Schuhe sind längst nicht mehr wegzudenken bei Desamino. Schnürschuh Sina der Marke Naturalfit bei Desamino bringt alles mit für deine empfindlichen Füße. Das schöne Obermaterial ist aus weichem Hirschleder in weite Haar geschnitten, auch für breitere Füße. Er ist ledergefüttert, aber in Kombination am Vorfußinnen ist er nochmals mit einem Stretch-Textil gefüttert. Hier haben deine sensiblen, empfindlichen Füße die Bewegungsfreiheit und Spielraum, den sie benötigen. Hier ist alles schön weich. Solltest du eine eigene Einlage tragen, tausche ganz leicht unser loses Memo-Latex-Fußbett mit deiner Einlage. Besonders wichtig finde ich das Sohlendesign. Das gefällt mir wirklich gut. Die weiße Sohle harmoniert perfekt mit jedem Outfit. Und mit der sportlichen Sohle, mit einem Absatz von 3 cm, wirkst du graziöser. Ich als Tirolerin würde sagen, amurz grießt um dich. Das bedeutet, du wirst auffallen, weil du so unwiderstellig wirst mit dem Modell Sina. Viel Spaß beim Shoppen.